Ich war ja vorhin noch in der Stadt. Es ist so voll und es ist so verrückt, was die Leute alles shoppen. Teilweise ein Mist, das würden wir noch nicht mal mitnehmen zum Schrottwichteln. Ja, krass, was alles konsumiert wird. Aber auch, dass so viele online bestellen. Ich habe mir übrigens vorgenommen, in der Vorweihnachtszeit dieses Jahr noch auszumisten. Schaffst du das noch? Ich versuche es. Krass. Ja, ich habe auch ohne Ende alte Lampen im Schrank, die müssen alle weg. Und wo bringe ich die am besten hin, Joschi? Ja, natürlich zu einer Sammelstelle und die findest du unter sammelstellensuche.de. War das richtig? Ja, aufgebaut. Sehr gut.